Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe unserer Interview-Serie. Wir sind heute zu Gast hier in Berlin beim zweitägigen Seminar von Carsten Bayreuther. Er hat sich heute Zeit für uns genommen am Ende eines langen Seminartages. Carsten, zunächst einmal herzliches Dankeschön, dass du dir noch Zeit genommen hast. Wie geht es dir? Ausgezeichnet. Ich bin im Blenden der Verfassung. Hast du noch Energie bekommen vom Seminar oder eher gekostet? Nein, das Publikum gibt mir immer die Energie. Und wir können voll, voll loslegen. Mache schön, Selbsthypnose, bin ich wieder aufgetankt. Super. Das gibt uns auch Gelegenheit, ein neues Format mal auszuprobieren. Anstatt langer Vorstellungen über die Person, die wir interviewen, haben wir gemeinsam ein paar Fragen ausgearbeitet. die Carsten im Schnelldurchlauf beantworten wird, die uns ein bisschen Hintergrundinformationen liefern wird zur Person Carsten Bayreuther. Carsten, bist du bereit? Schieß los. Schieß los. Aber nicht scharf. Es geht gleich dramatisch los. Solltest du wiedergeboren werden, wer oder was möchtest du sein? Eine Parkbank. Eine Parkbank. Warum? Dann hätte ich laufend Besuch. Okay. Was möchtest du gerne finden? Eine Kitzelmaschine für meine Frau. Eine Kitzelmaschine. Lacht die so selten? Nein, sie liebt es, wenn man sie streichelt und kitzelt. Ah, okay. Und dass ich abgelöst werde. Okay. Und du hast einen Hang zur lateinischen Sprache, wenn ich das richtig sehe? Äh, ja. Warum sollte man Latein lernen? Steht hier nämlich. Ja, dann kann man mehrere Fremdworte selbstständig besser entschlüsseln. Okay. Fürs bessere Verständnis. Welcher Droge bist du verfallen? Bist? Oh. Also ich trinke sehr gerne Wein. Es sind mehrere Drogen zulässig. Okay. Ich rauche gerne mal ein Zigarillo. Und meinst du stoffliche Drogen? Substantielle? Allgemein. Allgemein. Es gibt auch Geistige. Und ich liebe das Leben. Du bist der frohe Leben vorhin. Wie stellst du dir die Hölle vor? Die Hölle? Oh, Bürokraten. Bürokraten. Alle ein Reih und Glied. Also schon eine konkrete Vorstellung von einem richtigen Erlebnis. Richtig. Welches Tier gefällt dir? Welches Tier? Ja. Der Hund. Oh, und warum? Hund? Hm. Es gibt viele Gründe. Der Hauptgrund ist wahrscheinlich, dass er mich bedingungslos liebt. Ich muss nichts machen, um seine Zuneigung zu erhalten. Okay. Was ist für dich das größte Unglück? Oder was wäre für dich das größte Unglück? Der Tod einer meiner Töchter und Söhne. Okay. Was ist dein liebster Romanheld? Romanheld? Ja. Oh, erwischt. Überspringen. Überspringen. Okay. Lieblingsgestalt in der Geschichte? Ach, Romanheld. Pardon. Held. Ich habe jetzt den Schriftsteller aus der Schublade ziehen wollen. Ach, okay. Der Romanheld. Karamasoff. Karamasoff. Okay. Also die beiden. Ja. Die Brüder. Die Lieblingsgestalt in der Geschichte? Bitte? Die Lieblingsgestalt in der Geschichte? Darf ich die Wahrheit sagen? Natürlich. Besser nicht. Also ich fange an bei Cicero. Cicero, okay. Der ist unverfänglich. Und Machiavelli. Machiavelli. Hatte ich mir auch fast gedacht. Okay. Der Lieblingsmaler? Maler? Hundertwasser. Unkonventionell. Schräg. Genau. Alles andere als angepasst. Okay. Welche Eigenschaft schätzt du bei einem Mann am meisten? Dass er weinen kann. Okay. Wenn er das kann. Wenn er das kann. Ja. Welche Eigenschaft bei einer Frau? Du solltest jetzt mein Kino im Kopf sehen. Also ich muss mich für eine entscheiden. Würde Weitenvertretung anfangen. Das können wir ja schneiden, ne? Ich muss mich echt entscheiden jetzt, ja? Okay. Kannst du mir die Frage nochmal stellen? Moment, ich will erst überlegen, aber ich soll spontan antworten. Das geht nicht. An einer Frau. Welche Eigenschaft? Charaktereigenschaft oder Körpereigenschaft? Welche Eigenschaft? Ja, ich hab's. Ich hab mich entschieden. Willst du nochmal die Frage stellen? Zum Schnitt? Schnitt. Welche Eigenschaft schätzt du bei einer Frau am meisten? Wenn sie tanzt. Wenn sie tanzt. Okay. Was ist deine Lieblingsbeschäftigung? Faulenzen. Faulenzen. Wirklich professionell gammeln. Nichts tun und den Tag einfach so verstreichen lassen. Okay. Kannst du das längere Zeit machen? Ich hab's jetzt mit meiner Frau auf den Malediven probiert. Zwei Wochen. Es hat mir gut gefallen. Okay. Kannst du dich dran gewöhnen? Ja. Vorerst haben wir befürchtet, dass wir uns gegenseitig töten. Ich so. Und genau das Gegenteil war der Fall. Okay. Was ist dein Traum vom Glück? Mein Traum vom Glück? Oder deine Vorstellung vom Glück? Glück. Ich liebe und akzeptiere mich so, wie ich bin. Okay. Ich hab nichts an mir auszusetzen. Nichts wirklich Dramatisches. Okay. Welche Gabe möchtest du besitzen? 100 Fremdsprachen beherrschen. Okay. Außer Latein. Außer, ja gut, hier wird kaum noch gesprochen. Okay. Kannst du dein Motto auf einen kurzen Nenner bringen? Mein Motto? Ja. Ja. Die Welt ist ein menschlicher Zirkus. Ein menschlicher Zoo. Okay. Ich hoffe, du meinst das positiv. Ja, grundsätzlich schon. Aber bei den vielen Menschen sind ja unterschiedlich. und widersprüchlich, ja. Und ich sehe bei manchen halt, ich assoziiere dann mit verschiedenen Tieren. Und weil ich jetzt sehr tierlieb bin, kann ich auch mit Menschen umgehen, die dem einen oder anderen nicht so liegen. Und dann ist da eben ein niedliches Frettchen. Und dann, ja, behandle ich ihn so, wie er behandelt werden möchte. Ich streichle dann seine Seele, ja. Weiß nicht, kennst du Menschen, die Frettchen wehtun können? Nein. Oder kleinen Häschen? Obwohl es gibt Menschen, die können allen wehtun, aber das ist ein anderes Thema. Okay, gewisse Ähnlichkeiten zur Tierwelt sind manchmal auch nicht zu verleugnen. Egal, wo man denn kommt. Okay. Ich hoffe, das gab unseren Zuschauern schon mal einen kleinen Einblick in die Art, wie du denkst, wie du die Welt siehst. Und auch vielleicht einen kleinen Blick hinter die Kulissen, hinter den offiziellen Verkaufstrainer Carsten Bayreuther, womit ich dann auch überlenken möchte zum eigentlichen Interview. Zu deinem Thema Verkaufstraining und Verkaufskybernetik werden wir nachher noch ein bisschen näher eingehen. Zunächst mal eine allgemeine Frage. Unser Thema auf dem Portal Wissen des Mach TV heißt ja Vom Traum zum Ziel. Ein Leben nach den eigenen Vorstellungen und letztendlich auch, wie kann man das erreichen? Kann man sagen, du hast das bereits erreicht? Lebst du schon deinen Traum? Ich mache den ganzen Tag das, was ich will. Das ist schön. Rund um die Uhr. Natürlich gibt es immer Sachen, die tragen sich zu, die ereignen sich. Denen muss man gehorsamst folgen. Das sind Kleinigkeiten, aus denen sich so ein Tag manchmal zusammensetzen kann. Aber im weitestgehenden Sinne, die großen Themen sind bestimmt von dem freien Willen meiner eigenen Lebensführung. Ich bin vermutlich der einzige Milliardär auf dieser Welt, der sich benehmt oder der sich benimmt wie ein Milliardär, der lebt wie ein Milliardär. Mit dem Vorteil, ich musste mir vorher nicht erst die Milliarde verdienen. Es geht auch ohne. Es geht auch ohne. Ja. Okay. War das schon immer der Bereich, wo du hin wolltest? Nein. Nein? Wo kommst du ursprünglich her? Also, begonnen hat es, als ich entdeckt wurde als DJ von meinen Klassenkameraden in der achten Klasse. Ja. Ich könne dies, das, jenes, ja gut, frei sprechen konnte ich schon immer. Und dann habe ich irgendwie den Bezug zur Musik hergestellt und habe damit mein erstes Geld verdient. Ja. Und dann bin ich in den Leistungssport abgebogen, der mich sehr maßgeblich geformt hat. Was hast du denn gemacht? Radsport. Radsport. Ja. So. Und über mehrere Umwege bin ich dann erst hierher gelangt, weil ich für eigene Firmen wollte, für meine eigenen, dass sie mehr verkaufen, anschließend für fremde Firmen. Und das hat sich dann Stück für Stück ergeben. Ja. Also, es gibt bestimmt hunderte Dinge, die ich ausprobiert habe. Ich habe sie nicht alle aufgeschrieben oder gezählt, weil ich nämlich auch zu den Menschen gehöre, die nicht von Anfang an genau wussten, was sie im Leben eigentlich erreichen wollen. Meine Eltern haben mir relativ Freiraum gelassen. Sie haben mir mit auf den Weg gegeben. Suche so lang, wie du findest. Wichtig ist, dass du etwas findest, was dir Freude bereitet und dann musst du niemals arbeiten. Und die Idee, niemals arbeiten zu müssen, die hat mir schon immer gut gefallen. Auch wenn ich dreimal so viel unternehme wie Arbeiter, aber ich habe nie das Gefühl, ich muss mich zwingen. Also das tut, was du willst. Ja, das Schicksal oder das Leben oder vielleicht die Aneinanderkettung vieler besonderer Ereignisse, die hat mich halt dann hierher geführt. Das ist ein gutes Stichwort. Glaubst du, du hast deinen Weg gefunden oder hast deinen Weg generiert? Ich habe meinen Weg gefunden. Ich bin zu Hause angekommen. Also hattest du eine, glaubst du, eine Vorgabe im Prinzip an Schicksal? Ja, wenn man, nein. 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 Ich denke, wenn man zurückblickt, habe ich die meisten Dinge unbewusst genau auf diese Weise erlebt und getan. Die ganzen vielen Fehler, die ganze Klopapierrollenlängen füllen würden, die dazu geführt haben, kleine Kurskorrekturen vorzunehmen, die sehe ich heute als fast schon strategisches Aneinanderketten bestimmter Entscheidungen. Da ist nichts fremdbestimmt, nichts schicksalhaft gesteuert. Ich denke, das ist einfach das Ergebnis des Lebens, was ich geführt habe. Und weil ich Fehler liebe, weil sie waren meine besten Berater, die ehrlichsten Berater. Die schlagen immer erbarmungslos zu. Und weil ich Schmerzen überhaupt nicht mag, bin ein Schmerzvermeidungstyp, habe ich immer nach den nächstbestmöglichen Lösungen geforscht, ohne genau immer einen Plan zu haben, wo geht es als nächstes hin. Ich habe einfach das, was ich, oder anders ausgedrückt habe, die guten Seiten von damals mit den schönen von heute und den möglichen angenehmen Seiten von morgen gemischt. Ja, das war so der Weg. Gibt es, wenn du das im Rückspiegel ein bisschen betrachtest, irgendwo einen gemeinsamen Nenner, wo du sagst, das ist das, was ich eigentlich machen wollte, Leuten helfen, Leute unterhalten, ein bisschen Entertainment, gehört ja zu jedem Trainer dazu. Ja, richtig. Und zwar in den letzten Jahren, also nicht von Anfang an, ist mir bewusst geworden, dass ich mein Talent gefunden habe, nämlich vor der Gruppe zu stehen und zu sprechen. Das Ganze hat sich meiner Meinung nach zum ersten Mal abgespielt, als ich fünf Jahre alt war. Laut den Erzählungen meiner Eltern habe ich am Frühschoppen, da saßen tausend Leute und die tranken ihre Maßbiere und waren schon angetütet. Und dann spielt er eine Blaskapelle in weißen Seemannsuniformen. So, Marine, Blaskapelle. Und ich hatte nichts Eiligeres zu tun, mir zwei Stöcke zu schnappen und zwar aus dem Equipment-Koffer des Dirigenten, bin auf die Bühne und habe synchron zu ihm das Publikum unterhalten. Und habe praktisch den Co-Dirigenten gemimt. Das ging über anderthalb Stunden und diese Bilder sind vermutlich der Anfang einer langen Kette dieser Erfahrungen, an die ich mich noch sehr gut erinnern kann. Aber nicht, mir erst den Erinnerungen gegenwärtig wurde, als ich mich mitten in dem Job, in dem ich mich heute befinde, wiederentdeckte. Dann konnte ich die Verbindung herstellen. Ja, also war vermutlich schon immer deblockiert. Ja. Das ist kein Nachteil. Schade, dass es davon keine Videoaufzeichnungen gibt. Ja, und die Massen sollen getobt haben. Ich war da irgendwie der Alleinunterhalter. Vielleicht war das der Augenblick, in dem ich zum ersten Mal so eine wirkliche Bedeutung spürte. Ja, meine Eltern haben auch immer viel gearbeitet und du weißt ja selber, wie es ist. Ja, wir Söhne unserer Eltern. Und das war so ein Triggerpunkt. Ja, da habe ich meine, ja, das war so eine Quelle der Bestätigung, was ich erst später erfahren oder mir erklären konnte. Ist das, ich will jetzt nicht sagen, Leitmotiv, was dich antreibt? Nö, Leitmotiv in meiner Welt sieht anders aus. Ja, genau. Was treibt dich dann letztendlich an? Ich habe einen unbändigen Drang nach Freiheit. Ja. Und ich sehe in die Augen vieler Menschen, die zwar sich gewisse Freiheiten herausnehmen, allerdings die Gefangenen ihrer Wertvorstellung sind oder der Wertvorstellung anderer, von denen sie möchten, dass sie sie erfüllen, nach bestmöglichen Vorgaben oder Noten, mit bestmöglichen Noten. Ja, mein Leitbild ist im Grunde genommen, ja, man könnte fast denken, ich will anderen Menschen helfen, ja, aber ich verkaufe nur aus einem Grund, um mir mehr Zeit zu erkaufen, zu verschaffen. Ja. Geld ist cool. Ich finde Geld auch cool. Ja. Ja, ich sage immer, ich bin gerne Kapitalist, muss mich aber nicht wie einer verhalten. Da gibt es einen großen Unterschied. Ja. Ich mache gerne, was ich will. Ich trage die Uhr vermutlich nur zum Schmuck. Ja, also, Freiheit ist mein Leitbild. Und das will ich vermutlich auch anderen Menschen vermitteln, wenn ich ihnen erkläre, wie sie besser verkaufen können, bedeutet das automatisch mehr Bewegungsspielraum, wer mehr Geld hat, das ist nun mal der Schmierstoff der heutigen Zeit, der kann es sich erlauben. Und der hat mehr Auswahlmöglichkeiten, Wahlmöglichkeiten, wie er sein Leben gestalten kann, ja. Gibt es bei dir eine Art übergeordnete Vision oder sowas, wo alles hinführen soll, eine Art Zielbild am Ende? Ein Zielbild, ja, das bin ich gerade am definieren. Es gibt Konturen dieses Zielbildes, da tauchen so blitzartige Aufnahmen auf, manchmal nur als Schatten, manchmal auch sehr klar. Ja, 30.000 Teilnehmer in der Westfalenhalle und ich telefoniere den ganzen Tag live, ja. Und was ja, ein Brüller nach dem anderen. Oder eine vielschichtige Akademie, Akademie des Glücks, Akademie des Verkaufs und Erfolgs, Akademie der Gesundheit, die Grundsteine sind gelegt, ja. Am Ende sehe ich mich in einem, ja, wunderbaren, also mit 70, ja, sitze ich in meinem großen Garten, da gibt es lauter Apfelbäume und ich sitze an einer langen Tafel, an einer Holztafel. Der Tisch ist handgefertigt aus irgendwelchem Holz, was im Garten wächst. Vielleicht so 20, 30 Stühle oder Bänke. Meine Frau sitzt mir gegenüber, ich habe mit 70, sehe ich sie noch klar vor mir, also die Augen stimmen noch. Sie trägt ein weißes Kleid, ich einen weißen Smoking und ich habe ja sechs Kinder. Die Partner meiner Kinder, deren Kinder und ihre Freunde sitzen dann alle bei mir. Tja, und das ist vermutlich das Traumbild, wenn mich jemand fragt, wie stellst du dir die Rolle eines Chefs oder Vorbildes oder eines, tja, Leitbildes vor. Das ist so die Apfelgarten-Szene, ja. Ich bin schon mit meiner Frau hundertmal durchgegangen und jedes Mal das konkreter. Das ist ein guter Übergang, dass du das erwähnst mit der Familie, weil Erfolg oder vielleicht die Frage vorausgeschickt, was bedeutet für dich Erfolg? Ganz klare Antwort, ich komme zurück auf die Freiheit. Ja, Erfolg ist Freiheit, ja. Und Freiheit findet ja überall statt, in jeder Intensität, ja. Es beginnt damit, ich nenne einen Menschen erfolgreich, der es sich erlauben darf, morgens eine Stunde zu frühstücken. Da braucht er kein Porsche, ja. Die gehetzten Porsche, ich komme gerne auf dieses Beispiel zurück, ja. Ja, was muss der machen? Der muss ihn bezahlen. Oder er musste ihn teuer bezahlen und muss die Reparatur bezahlen. Die Stunde morgens einfach zu sagen, nichts auf der Welt ist so wichtig wie der Augenblick, in dem jetzt gerade gar nichts geschieht. Außer, dass ich Kaffee schlürfe, ein bisschen auf dem iPhone rumspiele, mit meiner Tochter irgendeinem Käse quatsche und eine Tasse Kaffee trinke. Ja, das ist absoluter Ober-Ober-Ober-Luxus. Okay. Zum Beispiel, ja. Das ist auch der Hintergrund der Frage letztendlich, weil ich auch denke, dass Erfolg nur bis zum gewissen Grad zumindest ganzheitlich sein kann. Das heißt, die Big Five of Life, die großen fünf Bereiche, Spiritualität, Gesundheit, Finanzen, Karriere und auch letztendlich die Beziehung, die Familie. Die direkte Frage, hast du das einigermaßen in Balance bei dir? Also meine finanziellen Verhältnisse erfreuen sich immer besterer oder steigender Gesundheit. Das ist ja nicht immer der Fall gewesen. Man fängt an, man investiert, man verbockt eine Menge Scheiße. Und das wird so lapidar unter dem Begriff Leergeld abgetütet. Und so, das tut echt weh. Ja, und dann kämpft man und rudert. Mittlerweile kann ich sagen, ich kann jetzt vermutlich nicht mehr pleite gehen. Ja, egal was passiert. Gesundheit ist mir erst seit zehn Jahren ins Bewusstsein vorgerückt. Dafür war vorher kein Raum. Aber ich lebe das so gut wie nötig oder nicht wie möglich, sondern wie gut wie nötig. Und unternehme da meine Dinge, die dafür sorgen, dass ich 100 Jahre alt werde. Das ist einer meiner großen Fernziele. Also Big Five, wir hatten Finanzielles, wir hatten Gesundheit. Familie? Familie? Ja, eine Familie. Ich habe meine Narben, die habe ich mir geleckt. Ja, bin einmal geschieden. Hatte wohl das Pech, nicht die falsche Frau zu bekommen, weil sie ist wieder glücklich. Was mich übrigens sehr, sehr glücklich macht, dass sie ihr Glück wieder gefunden hat. Sondern ich habe das falsche Suchmuster angewandt. Das weiß ich aber auch erst jetzt, weil ich jetzt mit einer Frau verheiratet bin, die nicht meinem Suchschema entsprach. Und es war gerade die Chance, was anderes, was Neues, was Besseres kennenzulernen. Etwas, was meinen Wertevorstellungen eher entspricht. Ja, Kinder, bei mir wimmelt es von Kindern. Manchmal ist das echt nervig. Das ist anstrengend. Ja, gerade wenn man mehrere hat. Aber die vielen kleinen Augenblicke, ja, wenn die kleinen Scheißer, ja, die kleinen Salzkrümel des Lebens, ja, das macht es zu einem qualitativ hochwertigen Leben, ja. Dafür lohnt es sich, 2000 Mal Windeln wechseln, Windeln zu wechseln. Ganz echt. Dritte, vierte. Du hast alle fünf. Spiritualität. Spiritualität, Paar. Ich glaube an den Gott der Liebe, ja. Also das gasförmige Wirbeltier, Gott, ja, ist eine Kreation, die eigentlich für ganz andere Sinnbilder steht, für ganz andere Ziele. Und ich bin Atheist, also ich glaube an eine Macht, aber nicht an eine Macht, die erfunden wird, damit wir uns etwas erklären, sondern an eine Energie, die wir noch nicht erklären können. Was das betrifft, bin ich eher Rationalist. Und solange ich kein geeignetes wissenschaftliches Modell habe, ist mein Gott die Liebe, weil, tja, egal was in meinem Leben passiert ist, sie war die einzige wirkliche Freundin, die immer bei mir war, ja, und hat nie gefragt, ob das gerade in Ordnung ist oder nicht. Die hat einfach gewirkt und hat alles verziehen. Sie hat alles ermöglicht und sie motiviert mich pausenlos. Ja, sie spielt schon eine Art Grundenergie. Ja, so, also. Ist das aber bei dir schon so, dass du es vom Kopf her verstehen wirst? Vom Kopf her? Ja. Wie Liebe funktioniert, das tue ich. Nein, nicht wie Liebe funktioniert, sondern ob es einen Gott gibt oder ob es eine Kraft gibt. Ja, ich könnte wissenschaftlich genau erläutern, warum es keinen Gott gibt. Und genauso könnte ich wissenschaftlich erläutern, warum diese wissenschaftliche Auffassung nicht der Wahrheit entspricht. Ja, nein, ich habe da nicht weiter geforscht. Ich überlasse es einfach mal denjenigen, die damit ihr Geld verdienen und denjenigen, die sich dadurch besser fühlen, die werden sich schon einig. Ja, ich beobachte das aus meiner Kanzel der Unverfänglichkeit heraus, der Losgelöstheit, indem ich mir sage, ich sehe die Dinge so, wie sie sind. Ich akzeptiere sie, wie sie sind. Ja. Und, ja, interpretiere nicht weiter. Dazu, die wissen schon, was sie machen. Also, ich weiß es auch nicht. Also, haben wir schon wieder was gemeint. Überraschenderweise weiß ich es auch nicht. Aber ich denke mal, man wird es mir im Kopf nicht erklären können, weil es da einfach nicht hingehört. Wahrscheinlich. Keine Ahnung. Wenn ich über Gott nachdenke, ja, ich versuche ja manchmal herauszufinden, ob ich irgendwas verpasse. Ja, weil der und ihr und ihr überall wird geglaubt und spiritualisiert. und dann komme ich immer auf so einen komischen Nebengedanken, rational, will ich es mir dann erklären und dann schnappe ich mit meinen Gedanken immer so rüber, wie ist eigentlich Unendlichkeit? Lebst du jetzt, ja, unter der Erde oder oberhalb der Erde, also auf der Erdoberfläche? Wo genau ist das Ende? Wie viel sind 500 Trilliarden Lichtjahre entfernt? Was kommt da? Gibt es da eine große Institution? Ja, sind wir vielleicht nur ein Atom? Keine Ahnung, also es macht mich verrückt, nachzudenken. Wollte ich gerade sagen, dass irgendwann der Punkt erreicht, dann wird es schwindelig. Das muss ich natürlich auch sagen. Um wieder runterzukommen, habe ich mir folgende Regel aufgestellt, wenn ich an alles glauben würde, dessen Gegenteil ich nicht beweisen kann, dann würde ich irgendwann in der Klapsmühle landen. Also, Schluss. Gut, kommen wir wieder zu den ganz profanen Dingen des Lebens zurück. Ein Leben nach den eigenen Vorstellungen. Viele haben zumindest mal eine grobe Vorstellung, was sie alles nicht wollen. Der eine oder andere hat auch schon mal eine ganz grobe Vorstellung, wo er denn hin will. Wie wir es heute gesehen haben, die volle Hütte. Es gibt auch Leute, die Seminare besuchen, Bücher kaufen und ähnliches. Trotzdem scheinen die meisten davon irgendwie wieder am Ausgangspunkt zu landen, scheinen irgendwie nicht vom Fleck zu kommen. Also der letzte Drücker, das dann auch tatsächlich dieses Leben verwirklicht wird, fehlt. Wie war das bei dir? Hast du einen geraden Erfolgsweg oder gab es da doch auch Rückschläge und Hindernisse? Ich bin eine absolute Katastrophe. Okay. Ja, also ich bin das Vorbild für das Scheitern. Ja. Meine Biografie, die irgendwann erscheinen wird, wird einen Teil dessen Preis geben. Ich muss vermutlich mehrere Wände schreiben, um zu erklären, wem ich alles über den Weg gelaufen bin, mit wem ich bereits sprach und gegen wie viele Wände ich gelaufen bin. Ich kann eimerweise Blut zusammen addieren, also Blut im übertragenen Sinne. Ja, ich bin nicht der typische vorgezeichnete Karriereerfüller seines Vaters, wo alles organisiert ist, sondern ich habe mich durch den Dschungel gefräst, auf der Suche, jetzt sind wir wieder am Anfangspunkt, auf der Suche nach etwas, was mich erfüllt. Ja, und weil mein Großvater mir mit auf den Weg gegeben hat, ja, suche etwas, was dich erfüllt, was dich glücklich macht, dann musst du nie arbeiten, gibt es einen zweiten großen Satz, der damit in Verbindung gebracht werden kann. Verbanne alles aus deinem Leben, was dir nicht gut tut, damit du 200 Jahre alt wirst. Ich habe es mittlerweile auf 100 reduziert, weil ich lieber bin unterdessen, ja, und ein erreichbares Ziel sind die 100 wohl dem, weil seitdem ich das mache, ja, bin ich eines nicht jedermanns Freund, man bereinigt natürlich dein Leben dann teilweise auch sehr rapiat, ja, und lass die Dinge zu, die dir gut tun. So, und seitdem ich das so handhabe, seit ungefähr zehn Jahren, gesellen sich immer mehr Dinge, die mir gut tun zu mir, weil ich vermutlich einen, ja, einen Kosmos kreiert habe, ohne es bewusst zu kreieren, ohne mir dessen bewusst zu sein, der umgeben ist von Menschen, die mir gut tun, die Stimmung sagt möglicherweise sehr viel über das, was andere Menschen gerne möchten, nämlich auch einen Raum, in dem sie sich wohlfühlen, fühlen sich angezogen, bringen ihre positiven Erwartungen mit und reichern das Ganze an und ja, das ist eine gewisse Eigendynamik, ja. Gibt es eine Art Strategie bei dir, wie du umgehst mit solchen Rückschlägen, mit solchen Widerständen? Klar, ja, ich bin das Kind meiner Eltern, ja, und weil ich ja glücklicherweise zwei Väter habe und zwei Mütter und fünf Omas und fünf Opa, ja, gibt es noch einen wichtigen anderen Ratschlag, ja, jeder Fehler, den du machst, ist ein Gewinn für dich, ja, das habe ich erst nicht verstanden, weil man will ja Fehler vermeiden, heute weiß ich, dass ich, warum ich nie Angst vor Fehlern hatte und auch heute Fehler gerne annehme, ja, das aber auch schneller Entscheidungen treffen kann und wer schneller Entscheidungen trifft, macht schneller Fehler, wer schneller Fehler macht, kann früher lernen, wer früher lernt, macht früher mehr richtig. Das ist eine der wichtigen Strategien, ja, also ich schäme mich für keinen meiner Fehler, alle waren wichtig, waren wirklich wichtig, ja. Gibt es trotzdem, einen Punkt, ich meine, das ist ja trotzdem, wenn ich Widerstand kriege und Rückschläge erleide, gibt es trotzdem die einen, die machen weiter und suchen weiter und die anderen geben auf, sagen, okay, das ist halt mir nicht bestimmt oder das ist nicht meine Vorgabe und machen dann irgendwas anderes, was sie eigentlich gar nicht wollen. Was ist der Unterschied? Du meinst, wenn Menschen Fehler machen, denken sie sofort oder glauben sofort, das ist nicht die richtige Richtung und probieren was Neues. Ich habe auch eine Weile lang so gelebt, ja, weil ein Fehler bedeutete damals für mich, dass ich an einen Punkt angelangt bin, je nachdem wie groß der Fehler war, an dem ich mir sagte, okay, was kann ich ändern, damit ich das nicht nochmal erlebe oder in Zukunft besser machen kann und oftmals kommt man dann auch auf Alternativen, die teilweise auch sehr stark vom bisherigen Weg abweichen und die in eine völlig neue Richtung bringen. Insofern stimme ich mit den meisten Menschen, also habe ich sehr viel gemeinsam mit den meisten Menschen, diese Wechselblüter, ja, diese rein und raus an die Kartoffeln, diese Tester, Ausprobiere, Lebenskoster, ja, aber vielleicht meinst du, warum habe ich nicht die Suche beendet, oder? Welche Charaktereigenschaft brauchst du, damit du hier weiterkommst? Na, wie war es bei dir persönlich? Ich lasse mal den Rationalisten antworten. Okay. Ja, und zwar habe ich im Leistungssport, während meines Leistungssports gelernt, dass hinter jedem Berg, hinter jedem Anstieg eine erholsame Talfahrt wartet, ja, deshalb, wer sich anstrengt und am Ball bleibt, ja, wird regelmäßig belohnt. Es gibt also das große Ziel, klar den Sieg, ja, auf dem Siegertreppchen stehen, aber es gibt hinter jeder Anstrengung, auf dem Weg zum großen Ziel, gibt es viele, viele, viele kleine Belohnungen. Und mein Belohnungssystem ist sehr genügsam, es erfreut sich an der kleinen Apfelsine des Lebens, statt an der Melone auf dem Protest, ja. Und ich habe während dieser Jahre meiner sportlichen Laufbahn gelernt, dass Erfolg die Summe von vielen, 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 vielen Anstrengungen ist, ja. Und jeder, der was anderes behauptet, lügt, ja. Es gibt natürlich den Erfolg über Nacht, aber wer will schon Lotto spielen, sich darauf verlassen, dass ein Sechser, ja, für ihn, ja, gewürfelt wird, ja. Das ist eine der Strategien, ja. Und ich habe auch niemals dem Leben einen Vorwurf gemacht, wenn es mehr von mir forderte. Ich war nie unzufrieden, wenn etwas länger gedauert hat. Und gerade dann, ja, wenn es länger gedauert hat, habe ich die Versuchs, die Probanden des Lebens, links und rechts von mir absterben sehen und war mir gerade dann noch sicherer, dass es jetzt die richtige Strategie ist, am Ball zu bleiben. Ja. Ich glaube, es ist ein Zitat von Howard Carpendale und irgendwas hat mir gesagt, wenn du über Macht berühmt werden willst, musst du tagsüber hart arbeiten. Ha, 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 ja, sehr gut. Das trifft es, denke ich, ganz gut. Ja. Okay, ich möchte noch mal kurz zurück, wir haben gerade... Übrigens, ich bin Howie-Fan. Das ist Howie-Fan, okay. Ja, meine Frau und ich, wir lieben Howie. Das war jetzt Intuition. Und Schatz, ich liebe dich riesig. Ich habe gerade schon ein Zeichen an dem Publikum bekommen, dass wir den fünften Lebensbereich noch vergessen haben, vorhin. Stimmt. Bei der letzten Frage. Das war der Bereich der Karriere. Was hast du noch vor? Ja, 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 ja. Also ich weiß nicht, welchem Autor wir diese fünf Lebensbereiche zu verdanken haben. Bei dem Punkt Karriere, antworte ich dir gerne so, sie ist vielleicht nur Mittel zum Zweck. Ob sie wirklich ein großes Lebensziel ist, das wage ich zu bezweifeln. Sie ist die Projektionsfläche, wo sich viel entscheidet. Sportkarriere, Familienkarriere, Künstlerkarriere, Managerkarriere, Erfahrungskarriere. Sie passt ja überall hin, ja. Karriere, Karriere, wenn man das als losgelöste Baustelle betrachtet, ja. Ich will erfolgreich werden und Kohle machen und ich will weiß der Geier, ja. Welches Treppchen erklimmen. Ich denke, die Karriere hat mit dem Tag begonnen, als ich aufgehört habe, der Karriere hinterher zu hechten wie ein Geisteskranker, ja. Und der Spruch, Autor unbekannt, Geld ist wie ein Reh, wie ein scheues Reh, ja. Willst du es einfangen, rennt es weg, ja. Also ich bewege mich seitdem sehr vorsichtig und locke es eher an. Es kommt zu mir und frisst mir aus der Hand. Immer häufiger, ja. Und nochmal, ich wiederhole, weil ich spüre gerade, dass das ein sehr wichtiger Punkt ist in meinem Leben. Und dann, als ich die Karriere losgelassen habe und nicht mehr hinterhergejagt bin, dann plötzlich startete sie. Das war der Startzeitpunkt, ja. Ich will es mal nicht unbedingt Karriere nennen, weil es doch ein bisschen vorbelastet ist, dieses Thema für gewisse Ehrgeizlinge oder sonst irgendwas. Ja. Ich möchte es mal eher gleichsetzen mit beruflichem Erfolg, mit dem, was du tust. Okay. Und was bedeutet dir das? Sehr viel. Ja. Ja, weil nochmal, durch den beruflichen Erfolg, gut, Geld ist die logische Folge dieser ganzen Bemühungen und der Aneinanderkettung mehr richtiger als falsche Entscheidungen, ja. Aber am Ende steht immer die Frage, was möchte ich mir von dem Geld kaufen? Von dem Geld kaufe ich mir Freiheit. Ganz wichtig. Freiheit für meine Kinder, Freiheit für meine Familie, Freiheit für die Frau, Freiheit für mich. Das ist uns allen ganz, ganz, ganz wichtig. So erziehen wir auch unsere Kinder. Wir sind alle große Freiheitskämpfer. Ja, wenn man so will. Ja. Gibt es eine Art Lebenszweck in diesem Zusammenhang? Lebenszweck? Ja. Oder siehst du bei dir einen Zweck der Existenz oder sowas in die Richtung? Einen Zweck der Existenz? Ja. Wenn man das Thema Freiheit weiter ausdehnt, könnte ich da noch bestimmte andere Karriere oder Berufsbausteine anknüpfen. Ja. Freunde versuchen mich seit 15 Jahren zu bereden, in die Politik zu gehen. Ich sage, nein. Keine Lust. Keine Lust. Ja, wir brauchen aber einen Weltverbesserer. Wir brauchen einen, der ohne Gage in die Politik einsteigt. Der unabhängig ist. Der unbestechlich ist. Der die Liebe und die Glaubwürdigkeit zurückbringt. Da, wo wir sie eigentlich am meisten suchen. Nämlich in unseren vertrauten Stellvertretern. Ja. Ich sage, nein. Erstens müssen zwei Bedingungen erfüllt sein. Ja. Zwei Bedingungen. Ich will erstmal 50 werden. Ja. Weil ich will noch ein bisschen Lebenserfahrung sammeln und dann lässt sich vielleicht drüber reden. Dann schaue ich mal, was ich tun kann, ohne mich hochschlafen zu müssen. Ja. Und zweitens, meine Kinder müssen erwachsen genug sein, um selbstständig fliehen und um selbstständig die Flucht ergreifen zu können und sich selbstständig verstecken können. Ja. Damit sie nicht unter meinem Karriere, ja, Zipfel leiden, unter diesem Gaga, ja, unbedingt irgendeine bedeutende Rolle in der Politik einzunehmen. Ich warte mal so ab. Es tut sich ja im Moment eine ganze Menge und ich bin ein sehr aufmerksamer Beobachter und ich bin politisch sehr interessiert. Möglicherweise werde ich in zehn Jahren ganz intensiv darüber nachdenken, muss mir dann aber erst im Klaren darüber werden, ob ich den Preis dafür zahlen möchte, ja. Aber wenn ich, wenn das nichts wird, werde ich nochmal Schlagersänger. Ich liebe Musik, ich liebe Schlager, ja. Äh, nicht nur, nicht nur. Nein, gibt es eine Altersgrenze, weil Deutschland sucht den Zugang. Sonst werde ich gleich in die Schublade gepresst, ja. Ein Schlagerfuzzi. Ja, okay, und dann bin ich für einige gleich tabu. Deine Frage? Ja. Nein, das war eine gute Überleitung, nicht das Schlagerfuzzi, sondern. Die berufliche Karriere, der wollen wir uns jetzt nochmal ein bisschen widmen und zwar nicht der Politik, sondern der aktuellen Tätigkeit. Kybernetisches Verkaufen. 1993, zum ersten Mal Kontakt, war das deine Frage? Habe ich gleich beantwortet. Das wäre die zweite Frage gewesen, aber schön, dass wir die schon weg haben. Was ist kybernetisches Verkaufen überhaupt? Das erste Mal habe ich, wie gesagt, 1993 Kontakt gehabt durch meinen Mentor und Förderer Gerald Hutter hat eine Hörbeagentur in Würzburg, die erfolgreichste Agentur für die Produktion von Hörfunkspots, Garyland. Und ja, damals hat er mir seinen Traum vom Verkaufsprozess erläutert. Wir haben sehr viele geschäftliche Verbindungen gehabt aus der Zeit, in der ich noch im Radio tätig war. Und ich habe ihn gefragt, was soll das Ganze? Was ist das eigentlich? Welchem Modell folgt das? Wie nennst du das? Und dann sagt er, mein Junge, das ist Kybernetik. Und ich sagte, hä? Was ist das? Das klang wie ein Medikament. Ja. Und dann war es so, bah, voll abge... Da habe ich gesagt, was genau ist das? Das ist die Steuerung. Was für eine Steuerung. Ich kann mich an das Gespräch noch genau erinnern, weil er war so stolz darauf. So stolz darauf, dass er was in der Hand hatte, was nach seinen Modellvorstellungen das Alte ablöst. Und nun eine völlig neue Begrifflichkeit von der Kunst des Verkaufens, ja, beinhaltet dieser Begriff. Kybernetik, nämlich die Kunst, das System zu steuern. Wenn das Verkaufsgespräch, das System, angenommen, das Verkaufsgespräch wäre das System, dann ist der Teil des Systems der dominierende und führende, lenkende, leitende, steuernde, Kybernetik, Steuermannskunst, der die größte Anpassungsfähigkeit hat. Der ist auch, dieser Teil des Systems dominiert dann das System, während der andere dominiert wird, weil er sich nicht anpassen kann. Und ein Verkäufer, der ein Gespräch dominieren möchte, muss in der Lage sein, im richtigen Augenblick auf die richtige Weise das Richtige zu tun. Wie ein Autopilot in einer Boeing 747, der 100 Millionen verschiedene Einstellungen kennt und der Autopilot entscheidet sich alle 30 Sekunden oder alle paar Augenblicke für eine neue Einstellung. Ja, also diese Kunst. Und seitdem trage ich das in mir, bevor ich verstanden habe, was Regeltechnik wirklich bedeutet, nach Wiener, habe ich viele Jahre einfach ihm nachgebabbelt. Und habe dann erst festgestellt, dass ich überhaupt eine Chance habe, im Verkaufsgespräch die Schalter zu drücken, die Hebel. Und plötzlich wurde das ein selbstbestimmtes Berufsleben. Ja, weil viele Verkäufer reagieren einfach nur noch. Und heute agiere ich viel mehr. Ja, und steuere, manipuliere im positiven Sinne. Ist das, damit sich unsere Zuschauer noch ein bisschen mehr darunter vorstellen, viel Sprachtechnik oder allgemeine Technik oder was versteht man darunter? Also Kybernetik ist ja grundsätzlich ein Neutrum. Um es ein bisschen greifbarer zu machen. Ist ein grundsätzliches Neutrum. Ja. Ja, sie ist beschreibend dessen, was überall stattfindet. Selbst unser Organismus ist ein kybernetischer Kreislauf, erfolgt gewissen Prozessen und zwar immer mit dem Ziel, einen bestimmten Zustand zu erreichen. Sei es die Alarmbereitschaft, sei es die Verbrennung, den Stoffwechsel, sei es das Aufrechterhalten der Körpertemperatur oder nachts den gleichmäßigen Atem, diesen Rhythmus. Ja, und dafür gibt es ganz viele Prozesse, die stimmen müssen, ineinander gegriffen, wie in einem Verkaufsgespräch, dass das Ergebnis in gewünschter Weise vorliegen kann oder erreicht werden kann, nämlich den regelmäßigen Atem oder eine eingedämmte Nierentätigkeit, damit man nachts durchschlafen kann. Ja, so zum Beispiel. Und der Autopilot ist auch so ein Steuermann, der alle möglichen Prozesse steuert. oder ein Verkäufer eben. Und wir finden in der Welt Millionen kybernetischer Kreisläufe, Steuerungseinheiten, die nur ein Ziel haben, nämlich das Ziel. Also die Bauchverkaufstechnologie wird ergänzt, nicht abgelöst, sondern sinnvoll ergänzt durch systematisiertes, erklärbares Vorgehen. Der Verkäufer weiß plötzlich, warum er welche, um deine Frage zu antworten, welche Fragetechnik einsetzt, welche Aussage trifft und auf welche Weise er diese Dinge aneinandersetzt und in chronologischer gewollter Absicht abfeuert. Okay. Hast du auch das mit NLP im weitesten Sinne? Da kommt ja NLP vor. Und wenn du uns, wenn mich jemand fragt, kennst du NLP? Ja, ich weiß, wie ich heiße. Okay. Ja, weil ich bin NLP, du bist NLP. Ja. Ja, wir alle sind NLP. Es gibt einen neuen Sammelbegriff, der marketingtechnisch sehr intelligent gewählt wurde, neurolinguistisches Programmieren. Ich weiß nicht, ja, es klingt super. Im Grunde genommen heißt es ja nichts anderes, dass jemand versucht, deine Denkrichtung zu beeinflussen und sich selbst auch neu gestalten, was deine Gedanken betrifft. NLP ist ein Bestandteil. Ich habe nie einen NLP-Kurs besucht, außer bei meinem geschätzten Sub-Mentor, dem Ronny Amsler in der Schweiz. Da habe ich mal Kontakt. Du hast es intuitiv schon gemacht. Es geht ums Modellieren. Ja, und er hat mir eigentlich gezeigt, dass wir alle die Urheberrechte an NLP haben, alle gleichermaßen. Es gab nur jemand, der hat es aufgeschrieben und hat es eine Form gebracht, wie zum Beispiel vor 400 Jahren die Sprache. Hat irgendjemand mal einen Duden entwickelt, ein Gesetz, eine Regel, nach deren dann x-beliebige wildfremde Menschen vorgehend plötzlich in der Lage waren, eine Fremdsprache zu erlernen. Ja, also das ist keine Zauberei. Dazu gibt es noch neue Entdeckungen. Da danke ich einem meiner Leitfiguren, dem Umberto Sachser, den ich sehr schätze, der meine Karriere... Ja, der hat natürlich meine Laufbahn gestreift, weil er mir wurde regelrecht unter die Nase gehalten. Wer hat es erfunden? Und ich sage, keine Ahnung, ja, keine Ahnung. Ich habe neulich mit Gerald Hutter einen Schriftverkehr geführt. Ich habe gefragt, woher hast du eigentlich Kybernetik? Ja? Er sagt, ich weiß es nicht mehr, aber ich bin mir sicher, das erste Mal habe ich davon erfahren, als mir damals im Hörfunk einen Verkaufstrainer... Den Namen machen die jetzt gerade ausfindig. Die recherchieren jetzt alle, die damals in seinem Radiosender arbeiteten, in dem er vorstand. Da fiel der Begriff zum ersten Mal, ja, und dann werden wir mal schauen, wo der her, wo der es her hat, ja. Andere sagen, es kommt aus Amerika und weiß der Geier, egal. Aber um deine Frage zu beantworten, die, wie lautete? Wie lautete? Klassischer roter Faden, der weg ist. Genau. Kein Problem. Ich hatte sowieso noch eine andere Frage auf der Zunge. Verkaufen, was ist das für dich überhaupt? Verkaufen? Ja. Verkaufen, ja, ist eine der wundervollsten Tätigkeiten. Aber gut, das ist jetzt Floskel, 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 ja, sagt ja jeder. Verkaufen ist für mich Hilfe zur Selbsthilfe. Meine Grundprinzipien sagen eindeutig, dass jeder Kunde die Lösung, wenn man sich geschickt anstellt und mühevoll oder sagen wir, wenn man es ehrlich meint, ja, kann man dem Kunden sogar mehrere Lösungen zeigen, die er alle in sich trägt. Praktisch wie Coaching, ja, du trittst einen Schritt zurück, raus aus der Dominanz, zu sagen, hier, Spruch, 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 Spruch und erklärst dem Kunden die Welt und wenn er es seelisch, moralisch verkraftet, dann sagt er, ja, 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 kauf ich, ja, okay, so. Oder du gehst einen Schritt zurück und sagst, pass mal auf, lieber Kunde, du hast ja mindestens eine Lösung, nämlich deine eigene, vorrätig, ich helfe dir mal, sie zu finden. Das ist wie so ein warm, kalt, heiß Spiel zu Ostern, wenn man den Kindern zeigt, wo sie das Ei, die Lösung finden, ja, und so ist Coaching und da macht das Verkaufen viel mehr Spaß, weil das Kind, nämlich der Kunde, findet das Ei, es ist sein Fund und dann kommt der Kunde stolz hinter der Hecke vorgesprungen und sagt, hey, Bayreuther, ich habe das Ei, ja, und fühlt sich klasse. Ich glaube, das ist das Interessante, weil aus einer Dominanz heraus zu verkaufen, bedeutet auch immer ein wenig, wie formuliere ich das jetzt, aus der Dominanz heraus zu verkaufen, bedeutet auch immer ein wenig, eingestehen zu müssen, dass, ja, dass Kunden vielleicht nur deshalb unterschreiben, weil sie keine andere Möglichkeit hatten. Und ein wahrer König regiert dann sehr würdevoll, wenn die Menschen, die in seinem Reich leben, freiwillig bei ihm sind, aus eigenen Wertvorstellungen heraus, wenn sie es wieder freiheitlich entscheiden. Und das ist das Schönste, eine freiheitliche Entscheidung eines Kunden, der selbst entdeckt durch deine Hilfe, wie genial das Produkt ist. Der ist mit einer ganz anderen Grundhaltung dabei, er kann seinen Freunden erklären, warum er es tat, warum er investiert, er kann es verteidigen gegenüber Mitbewerbern, die später auf den Plan kommen und er wird weniger stornieren, weil es auch seine Idee ist, abgesehen davon kann ein Kunde seinen eigenen Ideen eher weniger widersprechen und außerdem fühlt sich das viel besser an. Wieder dem Anspruch, Rechnung getragen, dass ein Kunde sich auch wichtig fühlen darf. Eine eigene Entdeckung. Also ich frage ganz bewusst, was ist Verkaufen, weil für viele das Bild des Verkäufers draußen immer noch ist anhauen, umhauen, abhauen. Und hat man mit diesem Verkäuferbild heute noch eine Chance oder mit diesem Vorgehen, das gibt es ja immer noch. Ich denke mal, ein Prozent der Kunden können nicht anders verarztet werden. Es gibt ja Modelle, die verhindern, dass ein gutes Produkt überhaupt platziert werden kann. Ein Produkt, ich sehe einen Kunden, einen Verkäufer, der hat eine Familie zu ernähren. Der sagt, ich habe väterliche Pflichten. Heute zum Beispiel hat sich jemand verabschiedet und seine wohl plausibelste Antwort war, ich habe väterliche Pflichten. Die erste Gegenfrage, die ich ihm stellte und dazu gehört, dass du die Familie ernährst, nicht wahr? Ja, ja, ja. Ich habe mich so angeschaut, ich habe in leere Augen geschaut und da könnte ich ihn eigentlich am Kragen packen und dann sagen, ja, deine wichtigste väterliche Pflicht ist, dass sich deine Kinder auf dich verlassen können, dass du hier nicht verschwindest, nur weil es mal ein bisschen unbequem wird, sondern dass du deinen Job erledigst, auch wenn es mal hart kommt oder unbequem wird, weil du predigst deinen Kindern, bleib am Ball, bleib am Ball, bleib am Ball und selber lässt du dich laufend auswechseln und sitzt auf der Ersatzbank und beobachtest das Erfolgstreiben des Spiels von außen. Manchmal muss man reinkommen, anhauen, umhauen, damit der Kunde danach erst spürt, dass er die richtige Entscheidung getroffen hat, aber das ist sehr selten der Fall. Ansonsten sollen die Verkäufer das weiter so praktizieren. Ich kann nicht jeden umschulen und bekehren, dazu habe ich sowieso keine Lust, das widerspricht meinem Freiheitsideal. Wäre es theoretisch möglich, aus jedem einen Verkäufer zu machen? Absolut. Verkäufer werden nicht geboren, Verkäufer werden kreiert, sie entstehen wie alles, weil es werden ja auch keine Ärzte geboren. Schlimm wäre das, wenn das der Fall wäre, dann hätten wir eine genetische Prädisposition. Dann sollte schon Coaching im Mutterleib beginnen, das Besprechen des Fötus. Wenn ich manche Familienläufe anschaue, könnte man es meinen, dass es vererbbar ist. Ja, es ist ein übernommenes Rollenmodell. Und der Vater ist erst glücklich, wenn sein Sohn Arzt wird. Und der Sohn ist erst glücklich, nachdem er herausgefunden hat, dass er das ganze Leben bestimmt hat und dass er nach dem Tod des Vaters sich erlauben darf, alternative Denkweisen zu entwickeln, weil er sich möglicherweise dann erst lösen kann von der dominanten Vorbestimmtheitsrolle des Vaters. Ja, es wird nicht vererbt. Verkäufer kann, jeder kann verkaufen, jeder. Vorausgesetzt, er überspringt diese Hürde, an der viele Verkäufer scheitern, übrigens auch Menschen, fremde Menschen anzusprechen und die Dinge zu sagen, von denen er weiß, dass sie gesagt werden sollten oder dürfen, ohne dass sich daraus schwerwiegende Konsequenzen, wie zum Beispiel der Nichtabschluss ergibt oder das abgelehnt werden. Weil viele Sachen, ganz ehrlich, die meisten unserer Techniken werden nur deshalb erfunden, weil Menschen glauben, dass sie mit diesen Werkzeugen mehr verkaufen. Ich sage oftmals, eine Empfehlungsnahmetechnik, die Technik, die überall funktioniert, die du auch nicht trainieren musst, die auch keinen Namen tragen muss, ist, haben sie mal eine Empfehlung. Wenn jeder Verkäufer das jedes Mal fragen würde, hätten die genügend Empfehlungen. Was braucht er? Er braucht in seinem konditionierten Geiste irgendein Hilfsmittel, was für ihn den Job erledigt. Erleichtert ermöglicht, weil er glaubt, das geht nicht so einfach. Ja, was machen wir? Wir sind Werkzeughersteller. Er bekommt seine Empfehlungsrohrzange. Wenn er damit das Ergebnis erreicht und damit das höhere Ziel, den höheren Wert erlangt, ja, dann bin ich halt gerne der Obi des Verkaufs. Und dann geht er durch meine verbalen Regale und packt in seinen Einkaufswagen Rohrzange, Kreissäge, Wattetupfer, Öl, eben halt was er braucht, um seine Arbeit besser verrichten zu können. Er ist halt auch ein Handwerker und warum soll er sich das Leben nicht erleichtern? Ist das so der Hauptgrund, warum Verkäufer scheitern, diese Angst vor der Ablehnung? Absolut. Ja, es beginnt ja schon damit, dass Vermeidungsstrategien im Coaching offenbart werden, die es vielen Menschen überhaupt unmöglich machen, einfachste sprachliche Konzepte zu integrieren. Ja, da gibt es Widerstände, die sind unfassbar gigantisch. Widerstände, ich kriege es nicht in meine Birne. Das ist ja rational nicht erklärbar. Rational nicht erklärbar. Da gibt es Verkäufe, die haben ein immenses Fachwissen. Aber so eine kleine Frage, dann ist es ihnen also wichtig, dass ich ihnen Zeit bringe, statt ihnen zu stehlen. Nicht wahr? Das geht nicht. Aus. Ja, so. Natürlich ist das immer sehr bedauerlich. Das ist dramatisch, weil so ein Mensch natürlich über sich selbst etwas herausfindet. Er lernt über sich selbst, dass er an solchen einfachen Dingen scheitert. Daraus wiederum schlussfolgert er, dass er wohlmöglich nicht geeignet ist für diese Aufgabe. Und je mehr diese Erfahrungen sich sammeln in seinem Karriereleben, desto schwerer wird es für uns, diese Menschen wieder aufzuschließen und ihnen den Glauben an ihre Fähigkeiten zurückzugeben. Gibt es eine Technik oder etwas Ähnliches, um diese Angst zu überwinden? Selbstverständlich. Es gibt mehrere Methoden. Bei 20 Prozent der Verkäufer wirkt sehr gut die Konfrontationstherapie. Das heißt, sie werden künstlich in einen Raum, natürlich mit ihrer Einverständniserklärung, sie werden künstlich in eine Situation hineintransportiert, in der sie einfach müssen. Und das sogenannte Angstpotenzial, das System wird mehrmals direkt angesprochen und provoziert. Nach einer gewissen Weile ist das Angstpotenzial erschöpft und das sogenannte Vermeidungssystem, die Identität, das System, erkennt schrittweise, dass es falsch lag. Mit seiner Annahme, dass wenn ich einem Kunden noch eine Empfehlung frage, bleiben wir bei dem Beispiel, dass er mich nicht erschlägt, dass er nicht die 745er rausholt, nee, 745er Gold war das, die 975er, die 7,5, wie heißt, du weißt schon, die 9mm-Knache, und dass er mich nicht nach Hause schickt und wenn das mehrmals passiert, das machen wir, indem wir Telefonszenarien live provozieren, erkennt das System, hoppla, ich habe mich ja geirrt, und lässt ab von dieser ursprünglichen Grundidee, dass Empfehlungsname tödlich sei, und anerkennt eine neue Erfahrung, das heißt, Altes Erlerntes wird durch Neues Erlerntes überlernt. Das ist eine Methode. Eine andere Methode ist die klassische Gesprächstherapie. Man macht im Grunde genommen das, was man mit Kunden macht, man geht in die Einwandbehandlung, und die Dinge, von denen der Verkäufer glaubt, dass sie nicht möglich seien, erschließen sie sich dann für ihn auf neue Weise. Er erkennt, dass er einem Irrtum unterlag, also auf der Denkebene, auf der Rationalen, und löst somit Verknüpfungen, die irrationalen Ursprungs sind, kappt diese, und an diese synaptische Stelle tritt eine neue Grundüberzeugung, und dann fällt es den Menschen leichter loszulassen, und dann werden sie plötzlich konstruktiv, und aus der neuen Konstruktivität entsteht ein neues Veränderungsverhalten, und dann geht es erst rein in die Praxis. 40% abgedeckt. Der Rest ist bedauerlicherweise komplizierteren Methoden ausgesetzt, muss sich mehr Mühe geben, da hilft die Hypnose, da hilft die Selbsthypnose, da helfen bestimmte Phobietechniken, Traumata spielen sehr oft eine Rolle, wir haben sehr viele Verkäufer, die Furchtbares erlebt haben, die deshalb entweder ihren Erfolg sabotieren, die deshalb Symptome ausprägen, die willst du niemals kennenlernen, und da sind andere Kaliber aufzufahren, auch Energietechniken und etc. Also da geht es schon sehr in den klinischen Bereich, dafür gibt es unseren Doktor Norbert Pretz, unseren Kurier der Befreiung, und die Antwort auf deine Frage heißt ganz eindeutig, zu 95% ja, Blockaden sind der häufigste Grund, warum Verkäufer nicht erfolgreich werden, denn Trainingsweltmeister sind sie alle, wenn sie sich ein bisschen bemühen. Welche Rolle spielt beim Überkommen dieser Angst auch der Glaube an sich selbst? Ganz, eine ganz wesentliche Rolle. Selbstwertkonzepte liegen ja meistens nur in beschädigter Form vor. Ich bin nicht attraktiv genug, sagen sich viele Verkäufer, ich habe keine gute Stimme, ich habe kein gutes Auftreten, ich bin noch nicht dies, noch nicht das, noch nicht jenes. Das sind ja die einfachsten Grundformen der Selbstvernichtung, der Degradierung seiner selbst. Andere Modelle gehen etwas tiefer in die Psyche, ich bin schon immer ein Versager gewesen, alles was ich anpacke wird scheiße. Und ich muss aufpassen, dass ich nicht wieder hinfalle, weil der Mensch hat nur zwei Chancen im Leben und die komischsten Modelle existieren, warum Menschen häufiger in der Vermeidungsstrategie angefunden werden, statt in einer aufwärtsbewegenden, offenen Haltung, in einem Steh-auf-Rhythmus. Gut, es bewegt sich nicht jeder im Bereich Verkauf. Es gibt auch unterschiedlichste Ziele. Und Vorstellungen, wo die Menschen hinwollen, braucht trotzdem jeder wesentliche Kenntnisse aus dem Bereich Verkauf, um Ziele zu erreichen, um sein Traumleben zu erreichen. Ja, stell dir mal vor, wo bist du letztes Jahr im Urlaub gewesen? Spanien. Spanien. Hast du das entschieden oder verkauft? Entschieden. Ach, okay. Partnerin? Ja. Mach dir, was du sagst, ja? Nicht die Uhr. Aha. Das heißt, es gibt Momente, wo du auch eine Idee verkaufen musst, ja? Ja. Privat, da hast du die Antwort auf deine Frage. Ja. Verkauf findet überall statt. Vielleicht gerade nicht in dem Fall im Urlaub. Ja. Da verlässt sie sich gerne auf deine exzellente Wahl. Und es gibt andere Themen, da bist du gefragt als Überzeuger. Manchmal kommst du ans Ziel, manchmal nur ein bisschen und manchmal klappt nicht, je nachdem. Okay, was ist deiner Meinung nach die wichtigste Charaktereigenschaft, um Erfolg zu haben? Egal in welcher Hinsicht. Liebe dich. Liebe dich, wie du bist. Liebe dich. Weil aus dieser Selbstliebe heraus entsteht nämlich das Modell, dass Fehler nicht irgendeine, Verfehlung eines Monsters sind, eines Vollidioten, eines Losers, sondern einfach zum Erfolg dazugehören. Wer Äpfel pflückt, ja, der fällt auch mal vom Baum. Okay? Deshalb ist er noch lange nicht zu blöd zum Äpfel pflücken. Ja? Und weil viele Angst haben vor dieser Dramaturgie oder sich selbst dramatischen Prinzipien zu unterwerfen, von denen sie fest der Annahme sind, der festen Annahme sind, dass diese Szenarien, diese Horrorszenarien, sie unbedingt mit aller Härte treffen werden, scheuen sie eben halt die eine oder andere, ja, Aktion, den Versuch, die Chance, ja, und sind, ja, und bremsen sich dadurch selbst aus. Okay. Unsere traditionelle Schlussfrage, wenn du einen ultimativen Tipp geben müsstest, außerdem der Selbstliebe noch, für alle Erfolgswilligen, für alle, die ihr Traumleben noch umsetzen wollen, die es angehen wollen, was würdest du ihnen empfehlen? Sei egoistisch. Ja. Warum? Egoismus ist in weiten Teilen der Bevölkerung verpönt, ja. Da kommt der Spruch, behandle deine Menschen, wie du behandelt werden möchtest. Grundsätzlich richtig, allerdings fehlt was ganz Wichtiges. Ich behandle Menschen gerne so, wie sie sein möchten. Mhm. So. Wie möchte ich sein? Jeder hat Ansprüche. Einen gesunden Egoismus. Deshalb möchten sie ja so sein, wie sie gerne vorhaben, sich zu entwickeln. Ich gerne, ich bin gerne egoistisch, ich gebe das offen zu. Egoismus ist meine Haupteigenschaft, die es mir ermöglicht, mich selbst zu motivieren. Ich habe das lange Zeit verleugnet, weil ich glaubte, damit ist man nicht gesellschaftsfähig. Ja. Als ich herausgefunden habe, dass es der Motor eines jeden erfolgreichen Menschen ist, habe ich entschlossen, in Zukunft offen darüber zu sprechen. Und zwar als Bildnis Egoismus ist der Grund, warum meine Tankstelle immer gefüllt ist. Denn nur wenn ich egoistisch bin, bekomme ich meinen Rohstoff, meinen Treibstoff. Und nur wenn ich meinen Treibstoff bekomme, kann der Mensch oder die Menschen, die ich liebe und für die ich da sein möchte, kann wie ein Auto an die Tankstelle fahren und hält den Rüssel der Liebe in die Tankstelle, kann saugen. Und wenn ich nicht auf mich achte und nicht gut zu mir bin und mich ständig bestrafen muss oder bestimmte Regeln einhalten muss, weil ich noch nicht das verdient habe, das zu früh käme und jenes zu egoistisch sei, müsste ich auf so vieles verzichten, dass ich gar nicht mehr die Kraft und Energie hätte, abzugeben. Und nämlich genau in dem Moment, in dem es am allerwichtigsten ist, wenn andere unbedingt ein Stück Karsten haben, möchten und auch brauchen, dann kann ich es fließen lassen. Und das ist meine Energiequelle, meine Formel für Energie. Ich bin eine Tankstelle und ich sauge dafür, dass ich immer schön randvoll gefüllt bin. Soviel zum Thema Selbstliebe und Egoismus. Selbstliebe, vielleicht noch folgender Tipp, was ich oft an mir selbst feststelle, ich verzeihe mir die Fehler. Ganz schnell. Ich bin also auch an dem Punkt sehr, sehr, sehr gut zu mir, weil ich mich liebe. Ich habe nichts davon, wenn ich mich bestrafe. Das trifft auch für Kinder zu. Kinder lernen aus den Fehlern gerne, wenn sie dafür nicht gedemütigt werden. Weil sie wissen noch gar nicht, warum sie den einen oder anderen Fehler begangen haben. Sie wollen ja daraus lernen. Sie wollen es uns ja recht machen. Und viele Erwachsene wollen es ja dem Leben auch recht machen. Und wenn das Leben sie nicht bestraft, geißeln sie sich selbst. Und die Idee, dass ich der wichtigste Mensch in meinem Leben bin und dass ich auf mich aufpassen muss, weil ich auch viel geben möchte, die Idee ist auch der Motor für die Furchtlosigkeit vor dem nächsten großen Fehler oder wenn ich was verpatze auf der Bühne. Ja, Herrgott, ich habe schon gewonnen, weil ich da vorne stehe. Und wenn tausend Leute zusehen und nur darauf warten, dass ich irgendeinen Fehler mache. Ja, Herrgott, es ist mein Fehler. Ich lerne daraus. Das vergessen viele. Ich gehe mit einer zusätzlichen Erkenntnis aus diesem Saal und während viele sich nicht mehr trauen vor einer Geburtstagsparty beim Glas. Ja, du weißt schon, ja, der kriegen die schweißnasse Hände und drehen fast durch, weil die da eine kleine Rede halten müssen. Und ja, gut, können erst dann frei sprechen, wenn sie sich die Kante gegeben haben. Ich bin schon der Sieger, wenn ich aufstehe und sage, ey, ich gehe jetzt hier rein in den Löwenkäfig. Ja, und lass mich begutachten. Ja, so. Und vielleicht auch noch ein wichtiger, ein ganz wichtiger Aspekt zum Erfolg ist, hör endlich auf zu messen. Viele Menschen messen. Sie kontrollieren ständig die Rückmeldungen und wenn sie sie nicht erhalten, provozieren sie Rückmeldungen, damit sie sich sicher sein können, dass sie noch liebenswert sind. und verwenden viel mehr Energie auf das Messen, auf das Provozieren von Rückmeldungen, auf das Auswerten der Rückmeldungen. Anstatt sich einfach frei und locker zu bewegen, schwitzen sie sich vor ihren geistigen Tabellen und Formeln und Grafiken einen ab. Und ja, dann verkrampfen sie natürlich, weil es gibt nicht das perfekte Leben, es gibt nicht das perfekte Training, nicht die perfekte Erscheinung, nicht den perfekten Vortrag. Herrgott, ja, also, einfach loslassen. Ich liebe mich, auch wenn ich nur 80 Prozent bringe. Das sind einige dieser Regeln. Und damit ist vielen auch schon direkt geholfen. Ich denke, das ist ein gutes Schlusswort. Bleibt mir noch, mich ganz herzlich zu bedanken für die vielen Tipps und Anregungen, für die Blickpunkte, die du uns geliefert hast. Bleibt mir auch noch die Frage, wo können die Leute ein bisschen mehr über dich erfahren, wenn sie recherchieren wollen? Ja, da gibt es einen breit gefächerten Kosmos. Beschränken wir uns auf drei Quellen. Das ist die Quelle Nummer eins, www.verkaufsimpuls.tv. Das ist unser offizieller YouTube-Kanal mit mehr als 300 Videos. Und es werden demnächst noch 350 weitere online gestellt. Seitdem wir offizieller YouTube-Bildungspartner sind für die Verkaufs-, Coaching- und Trainerbranche, geht sehr viel mehr von dem, was ich mir gerne gewünscht habe. Dann haben wir auf Facebook ein Portal, da kannst du Informationen ziehen. Nicht immer sind die hilfreich, einfach auch nur manchmal unterhaltsam. Auf Facebook gibst du Verkaufsturbo ein oder Verkaufstrainer, dann solltest du auf mich stoßen. Und Kybernetik, ja, noch eine gute Adresse. Da kannst du dir gratis Hörbücher herunterladen und Videos und gleich Techniken ungekürzt, testen und sofort einsetzen, www.kybernetik, k-u-b-e-r-n-e, ist vermutlich eingeblendet. Wir haben eingeblendet. Minus entdecken.de und natürlich auf der normalen Webseite www.bayreuther-training.de oder ansonsten anrufen. 0800 880 50 80 Gut, das waren jetzt mindestens fünf Quellen, aber sie seien dir gequält. Rufen Sie an oder schauen Sie sich auf der Website oder auf YouTube an. Es gibt jede Menge zu entdecken. Wie gesagt, ich bedanke mich für das Interview, bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit und wir sehen uns beim nächsten Interview. Bis bald, Ihr Gerd Ziegler. Dankeschön. Servus. Tschüss, Gerd. Danke. Danke.